Ich bin gerade hier in der Neustadt der Bahnhof und es wurde vor einem Monat ein neuer Laden aufgemacht. Ich habe gehört es schmeckt lecker. Ich habe gehört es ist 100% Halalfleisch. Was für ein Laden das ist, das seht ihr gleich und ich wünsche euch viel Spaß. Unser Bruder Hakan hat einen neuen Laden aufgemacht hier. Moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut und selbst? So gut. Danke dass du gekommen bist. Was für eine Ehre Bürki. Ja ne? Ja wirklich. Hast du gedacht dass ich komme? Nein. Ich habe es versucht, versucht, geschrieben. Endlich hat der geantwortet der vielbeschäftigte King Bürki. Wollen wir rein? Ich zeige dir ein bisschen den Laden hier. Okay. Ja komm. Wow. Sehr schöner Laden hier. Das hat ein Sprayer aus Holtenburg gemacht. Kim Bürki. Der ist extra aus Holtenburg hergekommen. Hat mich auch einiges was gekostet. Aber es ist ja Neustadt, ist ja ein Gebäude, ein Bahnhofsgebäude und ich dachte das passt dann gut hier mit Gespray hier auch. Ne? Das kommt gut an, dachte ich mir. Ihr könnt das auch bei der Instagram Seite ankommen, wie er das gemacht hat. Ja. Wie lange hat er das gekauft? Vier ganze Tage. Wow. Happy Fingers Fried Chicken Insta. Da werdet ihr das Video sehen. Einer der ersten Videos war das noch. Oh. Ja. Kommt, gehen wir langsam weiter. Na, na? Ja. Das ist hier der Rindfang. Oh. Ne? So, jetzt geben wir eine Küche. Ja. Spaß dir auch. Bis von dir. Moin Jungs. King Bürki. Moin. Moin. Bruder, wie bist du da willkommen von den Damen? Da mögen ja alle Fried Chicken, würde ich mal sagen. Ja. Aber wir essen ja auch nur Elal. Ja. Und in Bremen haben wir ja nur KFC. Ja. Ich habe ein bisschen gewartet, bis vielleicht jemand so was macht. Hat keiner gemacht. Dann dachte ich, nehme ich das selber in die Hand und mache das dann selber. Gott sei Dank, viele danken mir auch dafür. Ja. Und dann sind wir da. Bist du gerade dran, diese Gegend hier aufzumachen? Diese Gegend, also die B75 ist ja die meistgefahrene Straße hier in Bremen. Und man will ja auch gesehen werden. Und hier sind auch reichliche Parkplätze. Wie haben wir die getroffen für den Umbau? Umbau. Also wir haben jetzt seit einem Jahr haben wir gebaut. Juli letzten Jahres. Und wir haben ja ersten Juli wieder aufgemacht. Das heißt, elf Monate haben wir hier gearbeitet und gearbeitet ganz viel. Und hat auch einiges an Kraft gekostet. Aber Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Und seit einem Monat nunmehr auch. Alles richtig nummerfühlig sein. Also nur zur Hilfe. Es ist nicht einfach, ein Lärm aufzumachen? Nein. Da hast du ganz recht. Sei es Papierkram, Bauamt, Architekt oder auch mit den Bauarbeitern und Baufirmen, mit den Materialien. Das war alles sehr kostspielig, aber auch sehr nervenaufreichend. Hier ist unsere Panierstation. Unsere Fahrhaltevitrine. Und hier frittieren wir dann die leckeren Chicken mit einer Hochdruck-Kritteuse. Ist aber leer. Ja, gerade leer, weil wir in der Vitrine auch was haben. So, jetzt werden die Hinkchen hier in das Wort gelegt. Und gleich kommt das in die Panierwanne rein. Das zeigt der Bruder uns gleich. Einmal. Wo war dies der Paniermeister. Einmal ins Wasser eindunken, damit die Panade dann schön festgemacht wird an den Dienchen. Schön erstmal bedecken. Bedecken, drücken, wenden heißt das bei uns. Okay. Er drückt und dann wendet der jetzt gerade. Warum macht man das? Damit das dann crispy-mäßig wird auch. Sonst wird das nicht gekrispelt. So machen wir das. Dann wird das wieder reingekippt und dann wird das ein weiteres Mal paniert. So garantieren wir auch, dass die auch immer crispy werden. Das sind unsere leckeren Prommes hier. Darf nicht fehlen bei einem Haarsudeladen. Und dann kommt das hier in die Bainmarie, damit die weiter auch warm bleibt. Die habe ich extra aus Amerika bestellt. Das sind McDonald's Salzstreuer. Gibt es nur aus Amerika. Und dann wird das hier einmal und ein weiteres Mal gesalzen. So Leute, ich habe zu viel gequatscht. Ich habe zu viel aufgenommen. Natürlich, ich habe jetzt Hunger gekriegt. Was kannst du mir empfehlen? Also ein Cheeseburger auf jeden Fall. Ja. Und dann mache ich hier so einen kleinen Bucket aus einem kleinen Minchenteil. Okay. Und dann noch unseren leckeren Prommes, die dünne empfehle ich dir. Und dann noch ein schönes Softdrink aus Glas. Kein Sirup. Ich mache dir noch die Flasche auf. Darf ich mich hinsetzen hier? Ja, gerne. Ja. Gönn dir unsere kalte Gola. Danke schön. Hier sieht das Körper richtig aus hier. Hier haben wir die Hot Wings. Das meine persönliche Empfehlung. Natürlich schmeckt alles wunderbar. Dann die Chicken Stripes. Das sind Filets ohne Knochen. Ja. Und dann noch die Hähnchenkeule. Und dann die leckeren dünnen Pommes mit Schale. Da siehst du, das sind echte Kartoffeln. Keine gepresste Sache. Also Pommes habe ich probiert. Schmeckt. Ja. Und jetzt bricht auch die Knochen. Ja. Aber guck mal. Dip auch an der Soße. Natürlich auch mit Dip. Ja. Einmal Knoblauch. Einmal Tom oder so. Tom. Ja genau. Oh Maschallah. Da kriege ich selber auch Hunger gerade. Das ist die Garlicksoße. Die von Heinz. Ich hoffe es schmeckt. Aber sag ruhig ehrliche Meinung. Ganz wichtig. Aber mit Knoblauch ist jetzt meiner Meinung nach fast nicht. Nicht. Okay. Ja. Natürlich passt mit Ketchup. Mayo ist Standard. Aber ja. Wir haben auch. Wir haben auch Süß-Sauersauce da. Sonst. Wir haben Barbecue-Sauce. Ich habe die jetzt einfach auf die Schnelle sage ich mal Curry-Mango und Garlicksoße. Also Knoblauchsoße gebracht. Knoblauch ehrlich gesagt. Weil die Südländer das gerne so mögen. Dachte ich mag so. Aber muss ja nicht immer so sein. Ich bin verliebt mit dieser Soße hier. Bitte? Ich bin sehr verliebt. Ja. Die Curry-Mango-Soße meinst du? Ja. Unser Bürgerbrot zum Beispiel kommt hier aus der Bremer Neustadt direkt in der Nähe. Ich hätte da auch eine günstige Variante nehmen können. Aber regional und Qualität steht dann bei uns auch im Vordergrund. Gab es auch Kunden mit Handicap? Schon mal gesehen? Ja. Also ich hatte hier auch schon Kunden mit Handicap. Ja. Gäste. Haben die geschafft? Ja. Also Bürger hat der jetzt. Ich kann mich an einen erinnern. Der hat jetzt keinen Burger gegessen, sondern Hähnchen. Ja. Und mit einer Hand kann man ja Hähnchen essen. Ja. Ja. Was ich gut finde an dem Bürger ist, ich habe das nicht so reingestopft. Nein. Wie die anderen Leute. Nein, Bruder. Ganz viel mehr. Deswegen kann man halten mit einer Hand. Wie ihr gerade seht. Ja. Heide. Bismillah. Bismillah. Oi, Mashallah. Lasst ihr schmecken. Ich bin ehrlich zu euch. Mit Handicap ein Bürger zu essen. Hat auch schnell ganz schmeckt. Kein Gefallen. Aber mit Handicap nicht. Also sage ich jetzt schon mal, weil das Bürger rutscht so schnell. Und dieser Bruder kann für euch schon mal vorher schreiben. Wenn ihr natürlich fragt. Ja, natürlich. Ja. Machen wir gerne. Und besten Tät. Seid ihr Ehren. Dankeschön. Und immer herkommen. Auch folgen bei Instagram. Ihr seid bei uns. Schreibt mich nochmal drauf. Jo. Und das war's erstmal. Dankeschön für das Essen. Gerne, Bruder. Klingt möglich. Grüß euch. Immer herzlich willkommen. Happy Fingersprite Chicken. Wir freuen uns, wenn jemand vorbeikommt und euch das auch gefällt. Dann lasst ein Like da. Ja. Wir sehen uns noch nicht weiter. Und nicht vergessen. Was? Nicht vergessen. Abonnieren. 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 Abonnieren und freuen. Alles drum und dran. Wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Tschüss. Hey. Ciao. Tschüss.